Jetzt reicht's, Ricarda Lang, sie möchte Olaf Scholz nicht mehr unterstützen. Hallo meine Lieben, es geht um die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter. Wenn man diesen Begriff überhaupt so nennen kann, denn sind es Seenotretter oder Schleuser? Könnte man auch diesen Begriff benutzen. Meiner Meinung nach passt dieser besser, denn diese profitieren davon und es wird auch noch von Deutschland finanziert. Und es ist keine Seen... also man muss die Begrifflichkeit noch immer auseinanderhalten. Seenotrettung bedeutet, dass du in Nöte geraten bist, dann gerettet wirst, in einem Land dann erstmal aufgenommen wirst, bis du wieder zurück kannst, weil du eben einfach vielleicht gekentert bist, was auch immer passiert ist. Es heißt nicht Seenotrettung, wenn man den Weg auf sich nimmt und sagt, hey, ich möchte zum Beispiel von Tunesien nach Italien, um dann nach Deutschland zu kommen. Das ist keine Seenotrettung, sondern das ist eigentlich Schleusen und deswegen muss man das differenzieren. Diese finanzielle Unterstützung Deutschlands von privaten Seenotrettern hatte für einen erheblichen Streit zwischen Deutschland und Italien gesorgt. Denn in Italien kommen diejenigen alle an, die von Deutschland unterstützt werden. Also das heißt, Italien bekommt erstmal ein Problem, um es dann sozusagen für Deutschland auszubaden, was diese ja alles gemacht haben. Und Meloni zum Beispiel, die Regierungschefin Italiens, beschwerte sich über die deutschen Zahlungen an Seenotretter kürzlich in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Und Olaf Scholz hat dazu eine bestimmte Meinung, bevor wir auf Riccardo Lang überhaupt eingehen. Und zwar hatte er sich von der Unterstützung der Seenotrettung erst kürzlich, und jetzt pass auf, distanziert. Er sagt, das sind die Taten des Bundestages. Und er, also Zitat, ich habe den Antrag nicht gestellt. Ja, und auf die Anfrage ist das denn auch seine politische Meinung, die dazu ist. Das ist die Meinung, die ich habe, dass ich den Antrag nicht gestellt habe. Also das heißt, er distanziert sich hier vollkommen dazu. Und die Frage ist, hat sich das jetzt mal erledigt mit diesen Seenotrettungen? Könnte man da hier vielleicht irgendwie, ja, einen alternativen Weg einschlagen, dass man irgendwie den Menschen wirklich hilft und sie nicht in Seenot eigentlich geraten lässt? Denn diesen Weg, den sie auf sich nehmen, ist ja nur wegen des Geldes und einer neuen Möglichkeit. Denn würde es nicht finanziert werden, würden Schleuser nicht bezahlt werden, dann würden sie das definitiv nicht machen und würde denjenigen nicht ein absolut wundervolles Sozialsystem, wo sie dann ja möglicherweise denken, dass sie sehr, sehr gute Chancen haben, leuchten, dann würden sie diesen Weg auch nicht auf sich nehmen, wo sie sehr viel Gefahren auch auf sich nehmen und dadurch dann im Grunde auch sehr viele Todesfälle geschehen. Denn nur wegen diesem Weg, den sie auf sich nehmen, der finanziert wird von Deutschland, auch mitunter. Aber hier heißt es seitens des Außenministeriums, und jetzt pass auf, ich zitiere, auch für die Jahre 2024 bis 2026 ist eine Förderung der Seenotrettung mit Verpflichtungsermächtigungen des Bundestages vorgesehen. Diese werden wir umsetzen. Natürlich, da wird gar nicht mehr debattiert, obwohl man das eigentlich so kennt. Und ja, und eine Ricarda Lang, die meldet sich natürlich hierbei auch zu Wort, denn sie sieht das nicht wie der Bundeskanzler. Und hier muss man mal einen dicken Widerspruch in die Wege leiten. Ja, und am Sonntag sagte sie beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten bei Ravensburg, ich zitiere, Wenn jetzt manche in der Debatte um Migration und Flucht ein Hauptproblem in der Seenotrettung ausmachen, dann fehlt mir dafür ehrlich gesagt das Verständnis. Oder beziehungsweise jedes Verständnis, sagt sie. Denn sie sagt, die Seenotrettung, die rette Menschen vor dem Ertrinken. Und dafür bin ich verdammt dankbar. Ja, ja, ob auch in Deutschland sehr viele Menschen gerettet werden vor dem finanziellen Debakel, dem ihnen droht. Ja, auch da sagte eine Ricarda Lang, dass die Sozialhilfeleistungen da immer da sein werden, auch wegen den Sanierungsplänen und so weiter. Da muss man eben schauen, was man macht. Jetzt inzwischen sieht man, dass es viel, viel teurer wird, als man gedacht hat. Und irgendwie wird das Geld auch immer knapper. Aber wie gesagt, Seenotrettung, das wird auch weiterhin unterstützt. Und auch, ja, Kriege, Länder und so weiter werden auch weiterhin unterstützt. Na, man weiß aber nicht, wo das ganze Geld dann hin verschwindet, dass man irgendwie dann nichts mehr zurück hat. Das ist wie so eine Tasche, wo man dauernd Geld reinwirft, und zwar Steuergeld im eigenen Land. Was aber absolut löchrig ist, wo alles irgendwie rausfällt. Und wusstest du auch, dass bei den meisten Menschen, diese Menschen, ich habe letztens, der Chris hat es mir gesagt, dass ein Mensch in seinem Leben über, sogar, also ein durchschnittlicher Verdiener, verdient sogar über 2 Millionen Euro in seinem gesamten Leben. Da ist natürlich die Frage, ja, wo sind die denn? Ja, du würdest dich jetzt auch fragen, Moment mal, 2 Millionen, ich wäre hier Multimillionär, aber wo ist denn das ganze Geld, was ich da verdient habe? Ja, diese Antwort kannst du dir auf seinem Video anschauen, er hat ein Video dazu gemacht, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Also schau einfach bei seinem Kanal vorbei, Chris Rieger, wirklich sehr, sehr interessant. Ich werde es dann auch, also ich habe es auch verlinkt im Community-Beitrag, falls du es da nicht findest, dann findest du es spätestens dort. Jedenfalls wirklich, wirklich heftig, wenn man sich überlegt, wo ist denn das ganze Geld hin? Wenn man jetzt sein privates Geld nimmt, okay, gut, aber wenn man jetzt einfach das Geld, das ganze Steuergeld mal hernimmt, dann merkst du schon langsam, wo das Ganze überall hinsiegt und man sieht eben auch, wie diejenigen sich nicht einig sind, aber das bleibt die Zahlung, ja. Man kann ja sagen, so ich distanziere mich hier davon, aber, naja, ist halt so, ja, wurde entschieden und, ähm, tja, gut. Und wie gesagt, Seenotrettung ist ein schöner Begriff, genauso wie Verteidigung ein Krieg ein schöner Begriff ist oder Demokratisierung oder Friedenstruppen oder die ganze Wortverdrehung, ja, da kommen wir wieder zu Orwell eigentlich, ähm, ja. Höre genau hin, was du hörst und schau dir das genauer an und schreib mir gerne deine Kommentare zu diesem Video und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal!